Wir kommen vor den Empfangsgeräten nicht. Wir sind der Infarkter-Clan und wir fahren Scharmützel. Ähm, wir fahren über die... Nach alle. Bitte wohin? Hier nach alle. Mein dickes Max-Bahn, du hast die Nachahme. Wenn wir sie hier gleich nicht aufdecken, dann fahren wir zurück, weil dann kommen sie aus der Stadt und dann können wir sie nicht mal aufhalten. Gleich geht er bitte für den Rest. Der kommt doch hier. Jawoll! Das bin ich, der direkt in die Hände ist. Ja, ich sehe es. Beste Nachttag. Juuuut. Jaja. Es spielt mal die Nachhut. Kein Bock noch. Stopp, stopp, stopp. Einmal drehen bitte. Einmal zurück durch die Stadt. Hier ist nichts. Durch die Stadt? Äh, ja. Fahrt die andere Richtung, weil wir können sie uns dem Kett nicht erfalken. Stellt euch... Und rein. Weil hier ist alles frei. Wenn wir der Deffen halten sie mich hier gleich komplett auf, oder aber... Müssen wir cappen. Die Heavys schauen uns oben rein. Mach, fährt zurück. Super. Bis wir die Hügel hochfahren sind, ist das Ding mal rum. Ja, dann cappen wir. Alles gut. Wieso? Ich kann doch jetzt zurückfahren. Ich gehe noch nicht in den Cap-Kreis, aber... Ja, wenn du oben willst, sind wir durchgefahren. Bin gleich da. Machen wir jetzt in den Cap-Kreis gleich rein? Ja. Zu dritt. Wir fahren in den Cap-Kreis rein. Ich bin da. Und hin. Und rein. Bis wir oben sind, haben wir das Spiel gewonnen. Ja, alles gut. Wir haben sowieso... Ich ziehe nicht gerade sich jetzt hier... Komplett... Entweder kommen sie jetzt von der Straße zurück, über die Straße, und über die Brücke, dann haben wir ein gutes Schussfeld. Das schaffen sie nicht mehr. Ja, siehste. Sie müssen in 25 Sekunden oder 19 Sekunden einmal komplett zurück. Wir kommen vor den Empfangskräten. Dann gewinnen wir halt mal mit Trick-70. Von den Fraktar. Moment, Trick-70 ist Selbstverarschung. Moment. Ja, selbst habe ich mich dreimal verarscht jetzt. Wo sind die beide? Wo sind die alle? Keine Ahnung, ich habe keine Lust gehabt. Wir sind in den Bach gefahren. Kommen sie. Da! Aber richtig. Da müssen wir die... Kranker Pseudo-Anfüll. So. Also, das ist so... Welche Richtung? Vorwärts. Über Schiene oder Schlachtergasse. Halten wir sie auf. Das ist völlig egal. Aber Angriff müssen wir auf jeden Fall machen. Ja. Schon allein wegen der Ari. Das geht über die Schlachtergasse. Wir fahren durch die Mitte durch. Für Modi wäre es besser über die Schiene. Bin ich mit langer Ruhe. Ja, aber ich fahre zusammen. Jetzt will ich. Was denn jetzt? Schlachtergasse. 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 Modi kann gerne Schiene fahren. Rollen, rollen, rollen. Dann fahren wir Schiene. Kommt. Also, äh... Ich fahre Schiene. Sorry. Ihr fahrt Schlachtergasse. Ich fahre mit Jenny. Ihr fahrt Schlachtergasse. Und ich fahre Schiene. Und ruckst mich da unten auseinander. Pratzt rein. Und ich stecke die Schüssein. Das wäre schön. Kommen wir noch mehr? Da müssen wir uns ein bisschen vorsehen. Und Monty ist... Ja, das Ding hättest du mir am liebsten nie gekauft. Ich bin froh, dass das Ding nur 7 Euro gekostet hat. So ein Haufe. Ich bleib hier hinten und steh mich mal kurz. Hier ist alles, ja. Ich komme nach links. Jalla. Warum schreist denn du so ins Ohr, ey? Er schreit ins Ohr. Das ist so, weil der jetzt sein Mikrofon und alles so lauter zentriert fliegt. Ah. Ich dachte, weil er eh nur 5 Kilometer von mir weg wohnt. Und ihr bist doch auf den Schienen. Weißt du, bei offenem Fensterhöhlen hörst du auch ohne Team-Speak? Soviel zu Monty, kommt zu uns. Ja, ich bin noch unterwegs. Ja, da, da, da. Aber nur 30 km ab. Ich helfe den anderen. Und zwar schafft ihn da ja, oder? Mhhh. Komm, mir zwei Pratze. Ich steh drei. Ja, der muss den Kaffer 08 jetzt in Stach halten. Oder zerstören. Wir cappen und schießen alle Platz. Ihr cappt gar nicht. Ihr fahrt bitte durch und nehmt die von hinten. Alter, ich werde es weggeschossen noch einmal beim cappen. Ich bin noch auf dem Weg. Chill my your nuggets. Ich fahr halt durch den Kaffer, wenn ich so durchfahre. Ich treffe den 01-Z und der trifft mich zweimal und muss da schnell in die Ecke kommen. Ich komme in die Ecke nach der Ecke. Oh, er hat direkt gelöscht. Ach komm, wir nehmen die jetzt auseinander. Ja, ich bin noch da jetzt. Natürlich. Ja. Wir sind doch jetzt da. Ich habe den DS-Handelfar gepischt. So, irgendwann. Ja, wer steht jetzt da vor. Jetzt steht er vor. So, Senores. Yay. Da war es S. Ey, wieso komm ich denn an den PS nicht durch? Er kann jetzt an die vorbeischiehen. Mensch, das 7-0 verbockt. Ich hab bitte, sorry. Ja, es wird falsch. Wir kommen so schnell durch den Wolf. Wir kommen nicht mal weg. Genau. Ihr stellt euch bitte hier, wenn ihr es schafft überhaupt, ich hab keine Ahnung, ob ihr es schafft. Ja, das schafft ich. Unten rein, da ist auf der Zweierlinie ein Hügel. Wir müssen sie über diesen Hügel immer kommen lassen, sonst ist noch gar keine Sonne. Das ist gut. Gut, ich fahr noch kurz die Hände. Ich fahr hier die Sachen weg. Ich fahr hier die Sachen weg. Ich fahr hier die Sachen weg. Ich bin doch schnell. Komm, doch gar nicht so schnell. Ich fahr nur gerade die scheiß Häusern. Mit HE, da schlägt man gar nichts. HE ist Sprengmunition. Da schlägst du nie irgendwo. Und ihr stellt euch bitte auch ein bisschen breit auf, ja? Also volle Breitzeite. Nicht, aber nicht zu breit. Sonst haben wir ein Problem von Wirkungsfeuer. Na ja gut, ihr müsst ankündigen, was für ein Panzer wir zuerst beschießen. Ich seh den Hubbel, den du gemeint hast. Nein, nein, ja genau. Da steht unser 0-1er schon drauf. Ja, klar, kannst du haben. Für dich besser. So ein Arsch reinziehen geht so. Der erste, super. Was denn? Wo kommt ihr auf den Hügel hier drauf? Da steht der 0-1er oben auf dem Hügel drauf, dem einen. Äh, Oberfeldwebel. Fahr ins Loch hin, oder? Ei, hallo, ich bin im Fahren. Das sieht aus, als ob ich stehe, aber der fährt nicht schneller. Achso, warum fährst du denn rückwärts? Ei, ganz einfach. Wenn der Leid um die Ecke kommt, dass ich ihm nicht meinen Arsch zeig. Bisco, weiter runter. Die schießen doch alle Räume. Weiter runter. Sollt ihr sagen, warum? Warte mal, ich zeig's dir. So. Sollt ihr jetzt rauschießen oder in den Turm? Wo bist du denn? Ich rede vom, ob ich ihn in den Turm schießen soll. Da kommen sie. Da ist er! Hinter den. Gerade durch zu unserer Base. Ach du Scheiße. No, was ein Scheißzug. Geil. Hier, hier, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Komm mit. Und dann? Wirst du gleich sehen. Oh, ich hab ihn beigeschossen. Oh, weh. Sorry. Oh, leck. Leck, leck, leck. Hütti. Du sollst erst mal wegfahren. Ja. Abkaller, ich glaub's nicht. Ich hab den noch nicht immer ganz gehabt, ey. Deine Kacke. Die sollten vielleicht alle auf demselben schießen. Boah, recht. Ja, ich bin hier im Schießen auf Abstrich. Ich hab ihn schon weggebringt, Föti. Hab ich auch was gemacht? Ich bin nur bei mir. Fünf, zwei. Oh, die kleine Musikreffer. Da. Ha, 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 ha. Fünf Stück. Leut, und ich hab noch was.